Schlecht an dieser Wette. Wir können es so machen. Wenn ich einen Ace mache, dann bekomme ich 10 Dollar. Wenn ich keinen Ace mache, dann bekomme ich 10 Dollar. Dann muss ich zwei Nüsse gleichzeitig in den Mund nehmen. Das habt ihr jetzt nicht gehört, ne? Das habt ihr nicht gehört. Ja. Der Rechner ärgert mich jetzt. Du willst also einen neuen Rechner? Okay.